Natürliche und schöne Lippe bekommt man nicht nur mit Konturbearbeitung, sondern hier zeigen wir mal ein anderes Beispiel, wie wir eine Lippe aufbauen, in Form eines Lippenherzes der Unterlippe. Und hier sieht man eine Statistik sehr schön. Im Gegensatz zum allgemeinen Glauben sind es nicht nur Singles, die eine Behandlung durchführen, sondern auch sogar mit der Mehrheit liierte oder die verheiratet sind und die auf ihr Äußeres sehr viel Wert legen. So, die Behandlung hier in dieser Form geht weiter. Es wird nur die Konturen an der Seite nochmal verstärkt. Die Mitte wird dann ausgespart, sodass man ein sehr natürliches und herzliche Unterform der Lippe hat und die Patientin ist dementsprechend glücklich.